Hello ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Mittwoch, bedeutet es ist Update Time. Wir fangen jetzt einfach mal an ein bisschen zu questen. Genau, hier sind wir bei Tan und... Ups, jetzt sind wir vorbeigeritten. Die hat ein paar Quests für uns. Zu viel Müll und eine erfinderische Lösung zur Rettung des Planeten. Ich würde sagen, wir fangen direkt damit an und let's go. Tan braucht deine Hilfe beim Saubermachen auf dem Mordernfestgelenk. Ah, okay, ich verstehe. Man sammelt jetzt hier einfach den Müll. Das machen wir jetzt einfach mal ganz schnell. So, das haben wir jetzt gemacht. Dafür haben wir 100 Pferde XP und 100 Mujovic-Schlinge bekommen. Dann eine erfinderische Lösung zur Rettung des Planeten hilft Han. Gut, das gibt ja jetzt richtig viel Aussage über die Quest. Ah, Big Bonny ist da. Also lasst ihr von Recycling-Initiative erzählen, wie sich Big Bonny anlässlich des Rettungsfestes einfließt. So, wie gesagt, wie immer, wir lesen uns das ein. Oh, Big Bonny hat ein Update bekommen. Okay, warte, wir schauen uns jetzt mal an, was dieses Pferd... Viel Frühlingsmarken. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Okay, ich meine, ich habe ein paar Frühlingsmarken. Äh, aber das ist voll wenig so. Also ich meine, ein Rennen... Oder für... Also für ein Rennen würde... Also nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber, äh, das war ja nicht die einzige Quest, sondern... Da gibt es ja auch noch eine in Jallerheim. Und da reise ich jetzt einmal hin und wir schauen uns da die Quest an. Welcome back! Ihr da draußen. Wir sind jetzt bei Sabine. Äh, gut, dass du pünktlich bist da gekommen. Kann jetzt abgeholt werden. Ah ja, das war vom letzten Update. Da habe ich gar kein Video hochzuladen, weil ich nicht fertig geworden bin, das, ähm, zu schneiden. Genau, also da war halt so, Sabine hat uns angeordert, ähm, für sie Sachen abzuholen. Genau, und jetzt machen wir das halt so. Hier. Das muss der Karton sein. Ach nee. 25 XP, das ist voll okay. 170 plus 85. Okay, das ist mal gut. Hierher zu Sabine, ohne von den GD Gangstern mehr melden zu werden. Ach, wir klauen jetzt was. Wer hätte das gedacht? Okay, das sind echt viele. Das sind viele. Aber okay. Let's go. Nein. Hey, was machst du mit dem Kürtom? Ah, jetzt müssen wir nochmal. Ah, okay, okay. Wir werden nur an den Anfang versetzen müssen. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich tausend Jahre lang dauern. Och. Okay. Wir schauen einfach mal, wie viele Versuche. Das war jetzt der dritte. Ihr müsst das natürlich nicht alles miterleben. Vier. Gut, ähm. Ja, wir sehen uns dann einfach gleich bei Sabine wieder. Yay, wir haben es geschafft, aber Sabine ist weg. Hey, wo ist Sabine? Ja, das frage ich mich auch, weil... Spielt Sabine hier Spiechen mit dir oder wurde sie nur aufgehalten? Oh, wir öffnen jetzt den Karton. Äh. Ah, Sabine ist da. Neugier ist gefährlich. Man sagt nicht umsonst. Neugier ist der Katze tot. Ähm, ja, das kenne ich irgendwie nicht, aber egal. Entscheide, was mit Sabines Feuerwerk geschehen soll. Äh, wir nehmen jetzt einfach das. Bla, bla, bla. Genug geplattet. Jetzt wird gehandelt. Oh, gib mir meinen Karton und ich lasse dich am lieben. Sorry, ich meinte. Und ich lasse dich. Oh. Reine Gewohnheit. Ach, jetzt klauen wir den von ihr oder was? Money. Okay, aber warum machen wir das? Das ist richtig unnötig, aber... Ich meine, es ist Feuerwerk, okay? Es ist Feuerwerk. Es ist richtig unnötig. So, wenn man sicher mit Feuerwerk umgeht, ist es voll... Oh mein Gott. Okay, Sabine verfolgt uns. Sabine verfolgt uns. Hilfe. Da, Sabine. Sabine sagt... Oh mein Gott. Oh, du hast verloren. Okay, nochmals. Ah, Alex ist da. Ein Feuerwerk. So, okay, die wir jetzt... Wir müssen jetzt also den ganzen wundervollen Weg zurückreiten und... Oh, warum sind wir abgestiegen? Äh... Und diese rausgefallenen Feuerwerksraketen einsammeln. Aha. Mega. Wir sehen uns... Für euch gleich, für mich wahrscheinlich in 10.000 Jahren wieder. Wenn wir diese doofen Dinger endlich eingesammelt haben. Sabine ist back. Hey, Soul Writer. Nett von euch, dass ihr mir mein Feuerwerk wieder zusammensammelt. Ah, okay, sie hat jetzt die Feuerwerksraketen geklaut. Was? Das Feuerwerk? Sie hätte es halt müssen hinter ihr her. Och nee, die Quest geht noch weiter. Ach nee, das ist die Mühe nicht wert. Niedergeschlagen. Sabine wird mit dem Feuerwerk entkommen. Sie ist stärker und schneller und die pure Busser treibt sie an. Wir kriegen eine Hose. Okay, wir kriegen jetzt eine Hose. Nur weil wir mit denen geredet haben. Sehr nice. Das war's. Ähm, das war's. Das ist sehr cool. Wir haben hier jetzt eine Hose bekommen. Die ist voll cool, finde ich. Die ist sehr cool, finde ich. So, Leute. Das war's mit dem Video. Es ist jetzt mal ein bisschen kürzer geworden. Aber ich denke, das ist nicht schlimm. Ähm, das war das Update. Ich fand's schon cool, weil, ja, das ist halt so mit Sabine gewesen. So Soul Request machen eigentlich immer voll Spaß. Auch so, dass das jetzt mit dem Mühe gekommen ist, dass man das dafür tauschen kann. Auch wenn's ein bisschen teuer geworden ist. Aber, ja, ich mein, man muss ja nicht unbedingt was kaufen. Äh, ja, also, mir hat es hier alles sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich würde sagen, Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.